41 Prozent der Bayern wollen Markus Söder als Kanzlerkandidaten der Union. Dahinter liegen Henrik Wüst mit 13 Prozent, Friedrich Merz mit 10 Prozent und Daniel Günther mit 6 Prozent. Keinen von allen wollen 22 Prozent, keine Angaben machten 8 Prozent. Söders Forderung, die Zahl der Asylanträge auf unter 100.000 jährlich zu senken, wird von 70 Prozent befürwortet. 24 Prozent lehnen das ab, 6 Prozent machten keine Angaben. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, würden 42 Prozent CSU wählen, 15 Prozent AfD, 10 Prozent Grüne, 9 Prozent SPD, 8 Prozent Freie Wähler, 5 Prozent BSW, 3 Prozent FDP, 1 Prozent Linke und 7 Prozent Sonstige.